Hallöchen, hier bin ich wieder. Ja, diesmal auf meinem Rechner und mit meinem Spiel. Und es hat gleich eine, dadurch eine Neuerung. Erstens verschwinden hier immer ganz schnell die Leichen. Was ich gar nicht verstehe, aber liegt wahrscheinlich an der Grafik. Der hat das ja irgendwie angepasst. Und ich muss nochmal gucken, vielleicht kriege ich das nochmal so eingestellt, dass die Leichen nicht gleich wieder verschwinden. Und ich musste nochmal bis hierhin durchspielen, habe ich gerade gemacht, im Eildurchlauf. Den Anfang kenne ich ja, wie gesagt, schon ziemlich gut. So, und ja, des Weiteren haben wir jetzt nur noch jeweils 10 Minuten, genauso wie auch schon bei Overlord. Und ja, und, achso, und diese Aufträge, die wir jetzt bekommen, also nicht nur die, was die quatschen ist in Deutsch, sondern auch die Aufträge ist jetzt in Deutsch. So, dann wollen wir mal. Bis hierhin sind wir ja das letzte Mal gekommen. Und dann gehen wir jetzt mal weiter. Ja, hier wird Checkpoint gespeichert. Hab das ja schon lange nicht mehr gespielt. Ja, ich weiß, ich hatte geschrieben, mein Spiel ist weg. Und ich, kluges Mädchen, es war, naja, nicht wirklich weg. Logisch. Ähm, ich bin manchmal so, ich lege manchmal ein Spiel in die Hülle eines anderen Spiels, wenn ich das andere Spiel gerade spiele. War bei dem hier nicht so. Ich hab mich nämlich dumm und demnig gesucht. In all den anderen Hüllen war das Spiel nicht drin, aber dafür in einem anderen Computer, den ich vorübergangsweise hatte, bis ich meinen Computer wieder hatte. So, jetzt leise. Die Pistolen sind richtig cool und gell. Und wie ihr merkt, kann ich immer noch richtig gut schießen. So. Ja, das ist schon komisch, ne? Da war plötzlich das Spiel verschwunden. Da hat sich die Alma mit mir einen Spaß erlaubt und hat das Spiel versteckt. Ich hab's ja gleich gesagt. Aber hier unten hatte ich doch auch zwei. Ach da. Aber das waren zwei und nicht nur einer. Hm. Ja, wie ihr seht, die Leichen sind weg. Das ist, ja... Ich probier's nochmal zu ändern. So. Aber HD müsste es ja trotzdem sein, ne? High Definition. So. Verbesserten Reflexe verleihen... Zeitlupe ist drungen. Ach so, ja. Wie ihr seht, alles jetzt in Deutsch. Na, wirst du wohl. Ja. Ja. Ist er tot? Oder tat er grad nur so? Uh. Uh. Da waren grad die Beine von dem Ehen. Juhu. Also ich kann jetzt momentan nicht so viel aufnehmen, weil ich dann nachher noch weg muss. Aber ich wollte noch mal ein bisschen weiterspielen. So. Da sind aber noch welche. Ihr wollt mich doch rollen. Äh. Ich seh' Boah, ich verzieh' mal so. Ich verzieh' mal total, oder? Ich hoffe, ich bin nicht zu leise. Ich hoffe, ich bin gegenüber dem Spiel nicht zu leise. Oh. Der Sack hat grad ne Granate geschmissen. Ja, wie ihr wisst, ich spiel' das auf einfach. Mann am Boden. Das stimmt, der zuckt noch. Ich hab' dem nur in die Beine geschossen. Aber der liegt schon da. Vielleicht muss ich die Kamera etwas anders einstellen hier, dass die nicht so frei ist. Ich kann nicht zielen, das ist ja schrecklich. Naja. Wie wurde mir erst gesagt, failing ist auch cool. Wieso kann der auf jeden Fall so gut springen? Juhu. So hoch. Juhu. Hoch kommen wir ja nicht. Da hoch kommen wir nicht. Macht nix. Na, Checkpoint. Oh. Nehm' ich. Nehm' ich doch glatt mal mit. Unbekannte Herkunft. Eingehende Übertragung unbekannter Herkunft. Gute. Jankowski. Hallo. Ihr wisst ja, ne, hier, die Scheiben von den Feuerlöschern, damit man schneller an die rankommt. Warte, Jankowski. Äh. Ach, Mensch. Ist nein, ist nein, jemand, ist nein, jemand. Nein, da ist niemand. Niemand da. Niemand zu Hause. Und kaufen tun wir auch nichts. Oh. Ich glaube, das war die restliche Truppe. Super. Und warum sind wir dann als Vorhut? Noch am Leben? Weil wir gut sind. Mwahaha. Wieso springt der so hoch? Ist das so gewollt? War das schon immer so? Ach, Leute. So, erstmal ins Büro. Das ist mein neues Büro hier. Ne? Neuer Job und so. Dann braucht man nämlich auch ein großes, geräumiges und neues Büro. Ja, hier steht noch ein bisschen was rum. Ich habe noch nicht ausgeräumt. Hier sitze ich dann. Arbeite. Mit einer Tür zu meiner Linken. Und einem Fenster im... Im Rücken. Fast. Na, super. Geronimo! Alma. So, jetzt muss man ihn... Am nächsten stirbt man. So. Bumm. Situation. Der Spionagesatellit Hannibal 3 ist wieder online. Ein Vierkampfeinsatzagent wurde lebend gefunden. Das bin bestimmt ich. Der verbliebene Einsatzagent wird noch vermisst, aber seine Vitalwerte sind stabil. Das ist bestimmt hier Jankowski. Paxton Vettels Ortungssignal wurde in dem Gebiet entdeckt. SSEGD-Verstärkung ist auf dem Weg, um bei der Premier-Mission zu helfen. Das ist doch gar kein so schweres Wort. Mission!